... 140.000 Einwohnerinnen und Einwohner angestiegen in die Stadt von 2006 bis 2016, von 140.000 auf 160.000. Und wenn Sie sich anschauen, die jeweils in Sikon für autonome Fahren und für Test- und Pilotversuche in dem Bereich erhalten haben... ... oder ein studentisches Boot unterstützen, weil das machen wir auch alles. Und unsere zweite starke kommunale Tochter, die Herak-Mobilo, ist dabei, mit uns zusammen ein Mobilitätskonzept zu entwickeln, das wirklich in die Zukunft weist. Das Fahrzeug hat fünf verschiedene Sicherheitssysteme über Radar, Laser, Kamera, verschiedene andere Betrollungen-Sensoren. Also das ist ziemlich sicher, da werden Sie das einmal probieren. Denzen Sie wirklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017